Bewegen Sie sich? Guck mal hier, die ganz rechts hier. Die Wunschsicht, die Nase wäre nicht so nah ran an der Arm. Die ganze Zeit hat sie ja das Geruch hier. So, wo sind wir denn? Ich wollte mal hier guten Tag sagen. Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ich habe hier ein paar Freunde bei Facebook aus Halbestand. Die eine, die wollte herkommen und mich knutschen. Die wollte mich, darf ich mal hier kurz, ja, dein Taxi da bewegen. So, ich muss mal hier die Frau, die hier, hallo. Oh, ist das schön. Das ist modern. Fast so modern wie du, mein Freund, ja. Sandaletten mit weißen Socken, ich glaube, ich kriege Brust, das geht gar nicht. Echt. So, oh, sind das hier die teuren Plätze hier vor dem Luft? Oh, habt ihr extra bezahlt? Ja, was habt ihr bezahlt? 1,80 Euro pro Person? Ich werde verrückt. Die sind reich hier. Es gibt reiche Menschen in Halbestand. Unglaublich. So, ich gehe nochmal kurz ein bisschen hier. Hallo.